Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Batman. Eigentlich wollte ich heute Sally Face aufnehmen, weil ich auch richtig Bock auf Sally Face hatte. Aber dann dachte ich mir, oha, wir haben nur noch eine Episode bei Batman. Das hat mehrere Vorteile, nämlich kann ich dann das komplette Batman Let's Play schneiden, Rändern hochladen, fertig vorplanen und so weiter. Und ich weiß, was der Ausgang ist. Ich habe ja auch die Befürchtung, dass wir irgendwie ein Open End oder sowas haben, weil es kommt ja noch dieser zweite Teil oder DLC. Ich weiß gerade gar nicht, was es ist. Dieser The Enemy Within Teil. Und der kommt ja direkt danach, den werde ich auch direkt danach spielen. Da habe ich auch schon richtig Bock drauf und bin mega gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Und deshalb, liebe Leute, lasst uns nicht mehr zu lange warten. Wir haben ja keine Vorschau, keinen Sneak Peek in der letzten Folge auf Episode 5 bekommen. Deswegen starten wir rein Köpper in Episode 5. Stadt des Lichts. It's obvious, that's why Vicky hates you. Your dad helped bump off her parents. Warum würde mein Vater die Vailen töten? Ich habe nie gesagt, dass er die Vailen töten. Sie war in Arkham. Victoria Arkham. So, woher du gehst? Ich habe ein anderes Geschäft, ich muss sich um. What the hell did you do? Are Lady Arkham's drugs destroyed? That's what a leader does. You don't understand, Batman. Without me, Gotham is doomed. Thank God he was finally stopped. Nice work, Batman. My job's not done yet. I still need to find Lady Arkham before it's too late. Bruce, all of your Bat-Tech is linked to this computer. If you take it offline, it will all be inoperable. If Penguin hacks in, he'll have control of all of it. I have to shut it down. Breaking news. The children of Arkham have taken hostages. High-profile Gotham citizens, including Police Commissioner Peter Grogan, who was taken while attempting to intervene. I repeat, the children of Arkham have taken hostages. Carry on, gents. Boss says it's time to get the Bat's attention. No! Please! No! 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 Batman's sighted, boss. Right on, car! Commissioner, get to safety. I can't just leave these people. Batman! No! It's a trap! Batman's sighted, boss. Aaaaaaaaaaaaaaah! Batman! Not now! Oh my god! Oh my god! You... have to stop them. Save our city. Commissioner! Commissioner! He's... He's gone. Was hat sie jetzt vom rein angucken gemerkt? Ohne Pulsmessen? Ohne alles? Ich meine, das ist eine krasse Bauchwunde, aber er könnte auch einfach ohnmächtig sein. Alfred. Oh, thank god. With the comms offline, I've no idea what's happening out there. I always fear the worst. I need to get back to the Batcave. Figure out Penguin's next move. I can't let him keep hurting innocent... Penguin improve the armor. Batman! Impressive as ever! Life off the grid must be treating you well, huh? What's your point? My point is, you're at the end of your rope. You can't even stop me offing a police commissioner. Without your toys, you're nothing. Just turn yourself over to my men. Scout's on her. They'll go easy on you. I don't need toys to deal with the likes of you. You sure about that, Batman? Because from the look of it, you could use a little help. Touch off, Batman! If I can just find a way to hack into it, I can get to Penguin. He's made improvements. Even deadlier than before. Wayne tech. In Penguin's hands. It's a dangerous weapon. Almost got back, Batman. I have never learned. Anything? Sitting on a trap with a couple of our park. I want the entire anti-fat arsenal deployed to go on. Everything we got! We're in a massive hostage or two, of course. All will be left. Bat-shaped, splat on the pavement. Another trap? One of his men used a device that targeted my armor. If Penguin has more devices like that... The Batsuit will be a liability. It's already in bad shape. It couldn't protect me from a knife, let alone Penguin's new arsenal. If Batman can't take the fight to Penguin, maybe Bruce Wayne can. Face Penguin as Bruce? Without your armor, you'll be more vulnerable. But far from helpless. And meeting him as Batman would play right into his hand. Penguin wants hostages to bait Batman. Bruce Wayne will be the perfect hostage. You can get close and strike when he least expects it. Besides, I won't be going alone. Get Gordon on the line. Give him our files on Oswald Cobblepot. Tell him that we did a little digging after he took my position as CEO. He should know who really killed Commissioner Grogan. and that the killer will be in Cobblepot Park. Tell him that Bruce Wayne will meet him there. Lieutenant, these officers are at risk. Penguin is... Wayne, get back! Wayne, get back! Drone's... God damn it! Some of my officers are still in there. I'm not gonna let some two-bit thief kill my men! If you can destroy the transmitter, Oswald loses control of the drones. There's no way to get to it. You heard, Martinez. Lieutenant, you need a distraction. I can keep him talking while you get into position. How the hell are you gonna do that? I don't think listening to the guy who publicly attacked him is at the top of his priority list. Oswald and I grew up together. A little trip down memory lane could buy you at least a couple minutes. That's all well and good, but he wants you dead. Trust me, Lieutenant. I'm your best shot at getting those officers out alive. This is insane. But I'm all out of options. I'll go in around the back. If he sees me... He won't. I'll keep him focused on me. You will get your chance. Keep the perimeter tight. If he suspects anything before those drones are offline, we're both dead. The same device that fried the suit. It's a hell of a trap, Os. Also es ist ja gut, dass wir... Hätten wir überhaupt die Option als Batman gehabt? Ne, ne, wir sind als Bruce Wayne zu oder so. Ich wollte nämlich gerade sagen, wenn wir als Batman gekommen, hätten wir hier jetzt schon wieder einen Schlag bekommen? Ich liebe sie, Bruce! I really, really hate them! Making fun because... My mum... Because she's in Arkham! Those bullies aren't coming back. They better not... Or... 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 Ich schaue die Füße auf. Die Wörter aus, all die Channels. Die Penguen haben sich in Cobblebutt Park gelegt. Oswald. Bruce, willkommen. Die Pigs machen es schwer, um in den Bait für Batman zu bringen. Aber jetzt, wenn du hier bist, habe ich die perfekte Wahrheit. Nicht, dass ich mich schrecklich bin, aber... ...was bringt dich vorbei? Ich habe noch nie gehört, Wayne, um zu schnauern. Ich komme zu sprechen, Os. Es ist ein bisschen später in der Zeit für das. Ich habe noch nie gehört. Du hast mich geholfen. So far, nur Gotham's finest haben sich geholfen. Sie haben sich geholfen, wenn sie nicht geholfen. Ich bin froh, dass Batman hier nicht schon hier ist, um dich zu retten. Er ist normalerweise so aufzunehmen. Vielleicht muss ich ein paar mehr Screams geben. Vielleicht weiß er, dass es ein Trapp ist. Du hast es nicht genau so subtil. Das ist das Problem mit Batman. Du hast ihn in fronte, und er muss sich zeigen. Er kann sich selbst helfen. Und wenn er kommt? Oh, ho, ho! Die Lichter, die Geräusche, die Blut in die Guttas. Als er aus der Küche wird, wird nichts in unserer Richtung sein. Meine, oder Lady Arkham's. Sie hat einige sehr große Ideen für die Stadt. Und sie wird in die Guttasche. Frau Arkham nicht interessiert über dich, Oz. Sie hat nur mit dir benutzt. Sie hat nur mit dir benutzt. Oh, wir haben sie verstanden, nicht? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich all das Brüha. Es war so lange vor, und ich, als wir uns in der ganzen Park befinden. Ich, aus der Guttasche. Ich, aus der Guttasche. Sie, aus der Guttasche. Sie, aus der Guttasche. Sie nehmen uns jetzt ein Geräusch. Sie haben uns jetzt ein Geräusch. Sie haben uns nicht gewusst. Sie haben uns nicht gewusst. Sie haben uns immer mit Respekt, Oz. Respekt? Oh, nicht mich schlafen. Sie haben nur die Worte gelernt, von der Guttasche. BADMAN! Dammit! Where the hell is he? He's usually so bloody trapped. Unless... This wouldn't be some kind of plan, would it? You working with the Batman? Did you really come here all alone, Bruce? If anyone could afford to keep that brute on the payroll, it's you. Why, Oz? Are you scared of Batman? Might be, if I weren't so certain of my upper hand, as it were. Ha! Not that you can't look after yourself. You certainly do know how to beat down an unarmed hat. I mean, the drug only reveals your true feelings. Felt like you were working out some issues there, eh, Bruce? I am truly sorry for what happened, Oz. I never meant to hurt you so badly. I... I was drugged and... You! Pity me! I'm the one on top now, Bruce. And it's about bloody time. Your father locked my mum in Arkham Asylum to steal our fortune. He drove my own dad to suicide! The Wayans caused the ruin of my entire bloody family. Enough of this! You trying to get me all shaken up? I'm not waiting any longer. That man was out. We're done chatting, old friend. I'm releasing these drones! They'll make mutton out of you and all the lawmen round this park! Hey! We are not done here, Oswald! Oh, yes, we are. We've been done for 20 years. Is that...? I knew it. Tenet! Don't know when you die, do you? You bastard! Das ist gut! Du... Du... Bastard! Du hast viel zu antworten. Oh, du blöde Pigs! Wie ist das für eine Antwort? Huh? Ist das alles du hast? Enjoy prison, Cobblepot. Das ist wo du den Rest des Lebens wirst. Freedom ist recht. Ich werde sicher, dass dieser Bastard nie sieht das Licht des Jahres. Du hast dein Best hier, Mr. Wayne. Gotham und der G.C.P.D. Ich werde dir das. Danke. Ich bin froh, dass die Leute getrennt wurden. Including dich. Das ist ein Teil der Arbeit. Eine der schwersten. Ich bin froh, dass das etwas verändert. Du denkst, dass das etwas verändert, nicht wahr? Lady Arkham wird deine Hände gesetzt auf einem Platt. Er hat einen Punkt. Wir haben nur die Lady Arkham's Top Man gesetzt. Sie wird nicht für das. Nein, sie ist nicht. Ich habe nie gedacht, dass ich das sage, aber... Ich hoffe, dass Batman eine bessere Idee von woher sie ist als wir. Okay, ich gehe mal kurz hier in den Pausenmodus, während draußen auf der Straße ein übelst lautes Auto vorbeifährt. Am Ende... Das war so doof. Wir sollten ihn ja ablenken, Cobblepot. Und wahrscheinlich wäre eine der besten Varianten gewesen zu sagen, deine Mutter hat es verdient gehabt. Aber das wäre ja absoluter Bullshit gewesen. Und ich habe gleichzeitig irgendwie Angst gehabt, dass er sich diesen Satz merkt. Und dass wir ihn wieder treffen mit dem Wissen, dass wir diesen Satz gesagt haben. Vollkommen egal, ob wir ihn in dem Moment genutzt haben. Einfach, um ihn abzulenken. Ich fand aber alle Varianten irgendwie kacke. Besonders am Ende dann, als wir bloß noch sagen konnten, viel Spaß im Gefängnis. Irgendwie das hast du verdienten. Verdient war doch, glaube ich, ne? Dann ihn verletzen. Und ich weiß schon gar nicht mehr, was das vierte war. Ich fand alle Versionen kacke. Am liebsten hätte ich geschwiegen. Oder einfach nur nochmal gesagt, es tut mir leid, dass alles so verlaufen ist. Wie es jetzt verlaufen ist oder sonst was. Weil er ja eigentlich unser Freund war. Und ich will ja nichts Schlechtes für ihn wollen. Aber mal gucken. Ich bezweifle ja, dass er im Gefängnis bleibt. Oder vielleicht bleibt er für diese fünfte Episode im Gefängnis. Und in The Enemy Within sehen wir ihn vielleicht wieder. Ich weiß es nicht. Denn jetzt müsste ja eigentlich dieser finale Kampf, sag ich mal, gegen Lady Arkham kommen. Ich bin gespannt, liebe Leute. Lass uns mal in der nächsten Folge weitergucken, wie es ausgeht. Wir sind ja jetzt schon über 20 Minuten hinüber. Deswegen machen wir eine Aufnahmepause und legen beim nächsten Mal wieder los. Bis dann. Tschüss